Unser Unternehmen der Dienstleistungsbranche ist in der Hansestadt Hamburg in Hafennähe beheimatet. Hier sind in der Regel auch viele unserer Kunden angesiedelt. Unser Angebot richtet sich an Lager- und Logistikbetriebe, die ihre schwankende Auftrags- und Auslastungssituation mit einem per Werkvertrag engagierten, flexiblen Dienstleister abfedern wollen. Wir stellen die Arbeitskräfte, wenn zusätzliche Container entladen werden müssen oder Lagerarbeiter für die Kontrolle des Wareneingangs bzw. bei Einlagerungsarbeiten benötigt werden.